So, viertes Spiel, vierter Tag. Vierter Tod. Ich hoffe doch mal nicht. Ich hoffe jetzt endlich mal ein Sieg. Ja, Sieg. Mein Gott, 18 sind die bekloppt. Oh, was haben wir denn? Highschool? Und Kontrollpunkt. Ne, Kontrollpunkt. Kontrollpunkt hört sich gut an. Geh aber auf ein Halbautomatisches, da kannst du ordentlich Stimmung mitmachen. Ich weiß gar nicht, wo war das jetzt drin? Angriff, ne? Äh, keine Ahnung. Ja doch, Cyphen-Gewerber war das. Nee, 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 nee. Ja, was denn? Äh, scheiße. Also ich hab den bei mir unter Ausrüstung normal. Ja, ich hab ihn da nicht drin. Ich hab jetzt, äh, 25% mehr Muni hört sich gut an. Ich mach ihn Scharfschütze. Ich hab jetzt gerade mein Waffen billiger Erwerben eingelöst, dann kann ich mir schön das verholen. Hm. Naja, aber ohne Witz. Erstens, ich hoffe, dass die PS4 mit dem Aufnahmegerät kompatibel ist. Und zweitens, ich hoffe... Ja klar, warum denn nicht? Wie gesagt, bei der Wii U haben sie es ja auch nachgepatcht. Und ich hoffe, dass das Headset mit der PS4 kompatibel ist, wovon ich auch rausgehe. Ja, warum sollte das nicht so sein? Geldgeilheit. Ach, Quatsch. Das ist Sony, nicht Microsoft. Oh, okay, ist was dran. So, wieder schön absprechen, ne? 20 Respawns. Schnell um. Wo bist du? Rechts. Also direkt neben dir links. Ich hab den Gang in Sicht. Boah, ich werd schon paranoid hier. Hier's mulatscht natürlich nie davor. Aber lass ihn doch. Los geht's! Alles klar, geht schon los. Ja. Fuck! Warte, halt durch. Ich helf dir! Da blieb ich wieder, äh, belebt den. Wiederbelebst den? Ich wiederbelebt den. In der ganzen Action hier verdrehe ich schon mal, äh, Wortbausteine. Ich sag, wir müssen die alle mal an die Beke titten. Ja, ich glaub auch. Ich guck mal so ein bisschen hinten, ne? BANG! Einen hab ich. Komm mal bei dich bei, Junge. Komm mal bei mich bei. Komm schon, atme weiter. Spielsmo? Pass auf, Gizmo, pass auf Ja, getroffen hab ich ihn einmal So, jetzt erstmal Er hat an der Uhr gedreht Links, 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 links Ja, wenn man die Uhr links rumdreht, dann dreht man normalerweise zurück Ich fand das so geil, also Freitag, oder wann waren wir im Mediamarkt so spät Die Samstag waren wir wegen Homelad im Mediamarkt, ne? Wo dann auf einmal da, wer hat an der Uhr gedreht kam Das war nicht schon irgendwie geil Da ist irgendwie was schief gelaufen Ja, das ist wunderbar, du hast gewinnen, getroffen So, die dezente Aufforderung, dass die Kunden doch bitte den Markt verlassen Ja, hatte was Ja, ne? Erledigt, los geht's Lebe wieder Direkt um die Ecke, direkt um die Ecke ist der Pass auf, die sind hier Scheiße, den haben sie mir hier direkt weg Hinter uns Und von vorne kommt auch noch einer Shit Alter Ich hab drei Schüsse auf den Abgeber Fuck Lass mich zurück Nein Was soll ich machen? Scheiße Nein Du kriegst mich nicht Nein Fuck Da war die Ecke zu Ende Los geht's Da haben wir so gut vorgelegt Da kommt da so eine Scheiße bei raus Da sind wir so spappgeakt Lass zusammenbleiben, lass zusammenbleiben, auf jeden Fall Direkt vor uns Jo Da will ich hin Da sind die Da ist da noch Nein, klar Ich seh grad nix Naja, dann bleib da noch kurz raus Kann ich den herstellen? Alter, kannst du mal den CA-Dollar-Zeichen Keine Ahnung, ablenken Ja, wunderbar Komm rein Alter Schwede, das ist ja richtig spannend hier Boah, ich hab den grad ins Steißbein geschossen Ja, so muss das weitergehen Der ist Arsch Er hat einen Steißstau Ein Steißstau So rum Mein Scheißstau? Jo Da hab ich das grad ein bisschen überlegen müssen Direkt wieder vor uns Ich hab eine Schrotflinte Nice Ich bin fertig, los geht's Jetzt gibt's Gulasch Pass auf, die sind da direkt drin Der Typ nicht mehr Der hat mich umgebracht, indem der auf mich gefallen ist Was ist denn da für eine Scheiße? Ach Scheiße, es steht schon wieder 12 12, 12, was soll denn die Scheiße? Ich brauche Hilfe Abmarsch Ich bin fertig, los geht's Mir geht langsam die Kohle aus Ja, mir auch Ich zahle im Moment ganz viel für Pistolen Der rennt da schon wieder einfach nur so doof rein Einen hab ich getroffen Getroffen, oder? Nee Doch, fuck Einfach nur aufpassen Bleib hier Leg dir wo willst du hin Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben Und den nächsten Alter, Alter, halt durch, ich helf dir Alter Glück muss man haben Abmarsch Wer wollte der denn hin? Kannst du das mal erzählen? Will man einmal in Oro Munition kaufen und was passiert? Nix Alter Das sieht doch ganz gut für uns aus Die Runde könnte man gewinnen Ja, hoffen wir doch mal Wenn jetzt nicht einer zufällig ganz viel Scheiße baut Aber nach der Runde muss ich auf jeden Fall ausmachen Oder z.B. Wert ausmachen Weil ich krieg nämlich langsam richtig Röder Ja, ich auch Ich werd mir danach schön Kneftige Dödel reinziehen Kneftige Dödel? Ja, kneftige Dödel Wie schmecken die denn? Ah, so mit Speck und ja Ah, lecker Aber nicht bei den Temperaturen Ein Scheißbrot-Weibchen dabei Ein Scheißbrot-Weibchen, glaube ich mach mir gleich ein Scheißbrot-Weibchen mit Oh ja, ein Scheißbrot-Weibchen mit Mech schmeckt auch gut Ja, doch Der steht nicht drauf Also der Modus, der funktioniert irgendwie besser heute, merkst du? Ja, irgendwie schon Komm, lass mich hier rein Das wär meiner gewesen Hab dich Arsch Wollt auch mal reinhalten So viele Animationen Reanimationen, meine ich Wie ich hier schon wieder gemacht hab Das war vorhin echt Fließbandabfertigung Wie beim Hausarzt Ja, wirklich so, ne? Sie fühlen sich krank Wir haben sie einen Check Aber auch nur, wenn du Primatpatient bist Das Kassenpatient Sie fühlen sich krank, kommen sie in drei Monaten Aber nur, wenn es dein Hausarzt ist Wenn es ein Spezialist ist Und warte, das ist ein halbes Jahr Ja Nicht Das war meiner Den klopp ich jetzt Ey, du Wichser, bleib stehen Gut Nein Wurde gemäß hat Oh oh Ich hab's dem gleich Die Möse, ey Mich weg Ich glaub, jetzt müssen wir jeden hier noch einmal Und dann hat sich die Story für die Los geht's Spätestens, ne? Ich muss mich mal eben kurz Zack Und durch Ich hab keine Idee, Leonie Abmarsch Jawoll Jawoll Gewonnen Das heißt, noch eine Exekution hingehauen Ja, perfekt Oh, yes, well Ja, das war auch geil Das war extrem geil Ey, Tag 4 Äh, Woche 4, Tag 1 Ja, ich bin jetzt Woche 2, Tag 3 Oh, und noch doch für ihr gekriegt Die Grundlagen kennen Ja, das ist doch mal was Ja, oh, ich hab dann, ich hab dann halbautomatisch ist mit Schalldämpfer frei Halleluja Oh ja Alles ein Ding Ja Nee, das ist eine Gun, aber okay Ich würde sagen, äh, damit verabschieden wir uns Und, äh Ihr habt dann demnächst wieder das Vergnügen, uns beim Fehlen zuzugucken Jo Und bis dahin haltet die Ohren steif Ja, ich bin jetzt Und bis jetzt Ja, ich bin jetzt